Solche und auch ähnliche Bilder kennen wir alle zu Genüge aus zahlreichen digitalen Veranstaltungen und Videokonferenzen. Die fest im Laptop-Deckel integrierte Webcam fokussiert haarscharf am Doppelkind vorbei die Nasenbehaarung, während ein Teil des Kopfes abgeschnitten ist und wir durch das Gegenlicht unscharf und teilweise auch unterbelichtet erscheinen. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache, denn wie auch im analogen Raum können wir Wert auf die Darstellung im digitalen Raum legen und an unserer Inszenierung auch arbeiten. Aus diesem Grund habe ich diese kleine Videoreihe ins Leben gerufen, um eben die wesentlichen Aspekte einzugehen, um Impulse zu setzen, was die Position der Kamera angeht, die Position vor der Kamera angeht und dem richtigen Umgang mit Lichtmikrofon und der Kamera. Wie immer gilt, ich freue mich sehr über Feedback, über Rückmeldung, über Kommentare. Bitte einfach reinschreiben, ansonsten wünsche ich jetzt erst einmal viel Spaß mit dieser kleinen Videoreihe. Gское Dekkel Gute 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 Bis zum nächsten Mal.